Ich bin nervig mit zum letzten Gang. Danke, Heidi, du bist dran. Aber warte mal. Ich bin dran. Halt, die da geht auch sofort. Ich habe mich abgespült. Erst mal die Hände waschen, Leute. Warte mal. Wo sind wir schon wieder gelandet? Das darf doch nicht wahr sein. Ist das schon wieder das Gefängnis? Oder ist das nicht das Lucky Block Gefängnis? Ja, oder das normale. Ich weiß nicht. Ist ja irgendwo Lucky Block. Ich sehe hier gar nichts. Ist irgendjemand? Was sind die Äpfel her? Ich will auch. Ein kleinster Küche gestern. Sehr gut, Heidi. Wir dürfen nicht erwischt werden. Wenn uns irgendjemand mit den Äpfeln sieht, dann sind wir am Ende. Let's go. Hey, ist jemand. Das darf doch nicht wahr sein. Was haben wir getan? Wir sind in Gefängnis, Heidi. Warst du das? Bist du schuld? Wir haben gar nichts gemacht. Hallo, ist jemand. Oh, pack die Äpfel weg. Hey, was schreit ihr so rum? Was soll das? Hallo, wer ist der? Ah, was geht, Oliver? Hallo, Ente. Ente, warum bist du Polizist? Warum sind wir eingesperrt? Hey, ich habe nur einen Job bekommen. Der ist so lustig. Guck mal, ich darf euch den ganzen Tag ergehen. Let's go. Hey, ich habe Frau Filihaken verloren. Lass das Ende. Es geht nicht. Warum sind wir im Gefängnis? Oh, oh. Eigentlich passt die Äpfel weg. Was haben wir getan? Nein. Was, Ritter, Walter? Ihr bleibt hier jetzt. Ihr werdet hier versauern. Hey, wir müssen auch auf Toilette und alles. Oh, warte, wir haben hier eine Toilette. Wir müssen auch Hande waschen, müssen duschen. Wir müssen in die Cafeteria. Wir haben Hunger. Was genau ist, mich an Lüge? Ihr wollt hier nur ausbrechen. Nein, wir würden niemals ausbrechen. Bitte. Wir haben richtig Hunger. Wir haben hier nichts mehr. Okay, warte mal. Ich mache es uns aber viel schlauer. Ich nehme jetzt nur einen von euch beiden mit. Hey, das geht nicht. Okay. Halti, ähm, Halti, ich gehe. Kommt beide raus. Halti bleibt doch ohne Halti. Kommt mit. Halti geht in die Dusche. Und du gehst gleichzeitig in die Küche, okay? In die Küche? Let's go. Warum in die Küche? Ich dachte, die Cafeteria. Ich will mir Essen kaufen. Ja, Cafeteria ist so. Halti geht in die Dusche. Und ich baue jetzt hier mal zu. Let's go. Halti. Nein. Ich bin mir nicht sicher, Halti, wenn wir nicht ausbrechen. Halti, wo bist du? Ich muss wirklich duschen. Oh nein, Halti muss wirklich duschen. Und ich darf mir Essen holen gehen. Let's go. Aber nur unter meiner Aufsicht. Hä? Wo ist hier das Essen? Hier steht nicht mal jemand. Was soll das? Das hat niemand Essen gemacht. Du musst der Leute selber dein Essen machen. Beweg dich auf. Wir haben kein Geld für Personal. Hey, wie? Ich muss das Essen machen? Ich kann gar nichts machen. Aber die Küche bin dir ja sofort. Da bin ich. Hey, Halti, komm, wir helfen. Ich koche hier nicht alleine. Hol Halti, das ist unfair. Ich will einen Cheeseburger von dir, wenn ich wiederkomme, okay? Wenn nicht, dann müsst ihr das glauben müssen. Kann ich hier machen? Hier ist Käse, hier ist ein Hamburger, hier ist Käse. Ich glaube, das können wir kombinieren, Leute. Halti, komm aus der verdammten Dusche raus. Halti, ich hab... Du steckst immer noch. Was geht ab, Leute? Schuhe ab. Ich will dich nicht in der Küche haben. Was passiert da, Leute? Halti, du putzt mir in die Küche. Ich will dich nicht in der Küche haben. Du steckst nur. Ich hab jetzt aber den Burger gegessen. Das war so lecker. Darf ich den überhaupt essen, Leute? Keine Ahnung. So, ich mach schnell noch einen Cheeseburger, weil sonst will Anthony den gleich haben. Der wollte ja unbedingt einen. Dann mach ich hier noch einen anderen Burger. Ich mach hier einen Chicken-Sammer. Halti, erst mal kurz einmal. Jetzt putz dir mal. Schuhe, 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 schuhe. Halti, mach deine Hand jetzt ab. Wir müssen in die Küche. Der geht mir nicht in die Küche. Der putzt mir hier die ganze Küche mit deiner Zahnbürste. Halti, dein Cheeseburger ist fertig. Echt? Du Horki-Pierre. Ich hab sogar meine Hände gewaschen. Der ist sauber. Probier mal. Oh, warte mal. Dann probiere ich jetzt mal. Und? Oh, das ist mega lecker. Echt? Halti, du musst auch reinmachen. Komm mit, ich zeig dir, wie es geht. Das ist voll einfach. Ey, Kids, können wir mit Cheeseburger zu zweit machen? Wirklich? Du musst einfach hier den Hamburger nehmen, dann den Käse und einfach zusammen craften. Dann kriegst du Cheeseburger. Oh, los, mehr davon, mehr davon. Ich mach richtig viele für dich, Entwarte. Hier direkt 32 Stück auf einen Haufen. Und zack. Ich hab auch sogar Chicken Sandwiches für dich. Hier, probier mal. Oh, was habt ihr alles für mich gemacht? Wie nice, man. Was ist hier ein einzig Spezial? Wie ist das einzig Spezial? Will ich nicht. Obwohl, warte mal. Oh, die sind alle so lecker. Aber im Käse bist du nicht ein Geschmack. Du kommst jetzt wieder, ihr kommt jetzt wieder in die Zelle rein, mir rein. Ich muss schlafen. Ich hab mich voll gegessen. Aber das ist deine Schuld. Jetzt müssen wir wegen dir wieder in die Zelle. Wir waren draußen, Mann. Ab mit euch in die Zelle, aber ganz schnell. Wo seid ihr? Wir kommen, wir kommen, wir kommen. Ah, davon, das seid ihr. Zurück mit euch in die Zelle. Ja, wir gehen schon, wir gehen schon. Wirklich. Das war die falsche. Einti, was hast du denn abgebaut? Hey, du hast den Schalter abgebaut, Einti. Wir haben den, wir haben den, wir haben den. Einti, komm schnell in die Zelle, los. Nein, bitte euch. Jetzt will ich euch heute nicht mehr sehen. Nein, bitte. Ich will wieder raus. Hier ist es langweilig. Wir sind wieder raus. Wisst ihr, was ich noch mache? Was denn? Einti, ich stink bitte. Ich kann das nicht ertragen. Ja, das stinkt. Jetzt mache ich es dir doch schlimmer. Was denn? Mit was denn? Hör auf. Was hast du vor, Einti? Einti, Einti, komm schnell. Einti, Einti, das kannst du nicht machen. Einti. Nehm euch einfach hier das Sonnenlicht. So, jetzt kommt ihr kein Licht mehr rein. Jetzt habt ihr dunkel. Das ist gemein, Mann. Einti, ich schnapp' ich jetzt gleich. Pass auf, Einti. Ich brauche einfach zu mir rechts mit euch. Hey, wir wollen auch noch rausgucken können. Bitte. Ja, ja, könnt ihr später wieder. Nein, Einti, das ist alles deine Schuld. Aber das Beste ist, ich habe mich halt auf einer Nachbarzelle geklaut. Ja, wir können keine Tür mehr aufmachen. Hier ist keine Tür mehr, Einti. Oh. Das bringt uns gar nichts. Wir sind am Ende, Einti. Das war es mit uns. Oh Mann. Was machen wir jetzt? Willst du noch Zähne putzen, Einti, vielleicht? Einti, war er nicht so am besten. Du hast echt noch Mundgeruch. Hier kannst du dein Gesicht waschen. Gib dir Mühe. Und ich muss mir einen Weg überlegen, Leute. Wir können doch jetzt nicht wieder ein Gefängnisfilm ableiten. Das geht nicht. Wir haben keine Tür. Hier ist das Gefängnis. Jetzt bleibt mir hier stehen. Jetzt mache ich erst mal eine Kamera in eure Zelle rein. Was? Eine Kamera. Das geht nicht. Bitte. Ich weiß, ich sehe den ganzen Bereich bis auf euer Klo. Oh, Einti. Jetzt können wir gar nichts mehr machen. Eine Kamera reicht. Wirklich ist genug. Und ihr könnt mich auch durch die Fernsprecherlage hören, dass ihr das wisst. Ich kann euch jederzeit überwachen. Ich weiß genau, dass irgendwas im Schilde führt. Das war es, Einti. Wir kommen niemals raus. Das war es mit uns vor allem. Wir können aufgeben, Einti. Oh nein, da vorne steht der noch. Wir müssen wirklich schnell einen Weg finden. Da vorne ist eine Kamera. Was machen wir jetzt am besten? Warte mal, die Kamera ist bei dir so. Und das Fässer vor die Tür steckt. Ja, wir müssen irgendwas vor die Kamera platzieren, damit er da nichts sehen kann. Oder ich in den Eimer. Ja, wir haben noch ein paar Möbel. So das andere Bett. Warte, wir können uns hier hochbauen. Geht das? Das geht nicht. Vielleicht andersrum. So das hier zuerst. Die darf ja auf jeden Fall erstmal nichts sehen. Einti, lass die Toilette stehen. Einti, ich sehe genau, was du da machst. Ich habe vielleicht eine andere Idee, damit uns Einti nicht mehr sehen kann. Ich kann euch zwar nicht hören, aber ich weiß genau, dass ihr gerade durch die Kamera schaut. Hör auf, wie da ruhig zu gucken, Einti. Das reicht. Wir haben nichts Böses vor. Wirklich. Ja, wir haben jetzt noch eine ganze Zelle hier. Ja, guck mal. Hey, hier. Oh, oh. Da ist irgendwas oben in der Kamera. Was stimmt denn da nicht? Oh, oh. Das heißt, Einti, komm gleich wieder. Einti, wir müssen schon irgendeinen Weg finden, rauszukommen. Komm schon, guck wirklich in jede Ecke. Es muss auch immer was sein. Ich habe noch was vorbereitet. Was denn? Und zwar schon vor einem Monat habe ich was versteckt hier. Guck mal. Hä? Wie vor einem Monat? Wie? Wieso bist du schon so lange, Einti? Ah, ich saß wegen, äh, ich weiß es nicht. Hä? Hier ist echt was versteckt. Was ist das? Das ist eine Kiste, Einti. Mach die mal auf. Lucky Blöcke. Alle meine. Alle meine. Ja, wir haben richtig viele Lucky Blöcke. Was geht denn hier ab? Und die Kamera ist noch, oh, die Kamera hat uns hier fast gesehen. Das war richtig gefährlich. Das ist eine Durchsage vom Gefängnis. Die Zelle 51 wird jetzt geräumt. Oh nein, die war nicht. Wir müssen schneller Lucky Blöcke aufmachen, die wir hier haben. Let's go, damit wir schon irgendwelche Items kriegen. Oh, oh. Hier kommen richtig viele Hasen. Wir haben Werkzeuge. Weiter geht's, weiter geht's. Wir brauchen richtig krass OP-Items. Hast du eine Schraufel oder sowas? Dann kriegen wir einen Tunnel krass. Oh, das ist echt krass. So, was haben wir noch? Aber eine Schraufel habe ich sogar auch, oder? Ja, habe ich nur eine Spitzhecke, aber nur aus Holz, leider. Oh, eine Besuche. Oh, was ich habe. Damit kannst du nicht importieren. Aber Iti, wir müssen hier zusammen rausgehen. Bitte nicht alleine. Iti, wir sind doch... Ey, der Hasen, was ihn besiegt. Hier ist ein Geist. Oh, oh. Was soll das? Oh, warte, Hände, komm gleich. Was machen wir jetzt, Iti? Wir müssen irgendwas machen, um hier auszubrechen. Wir müssen auf jeden Fall erstmal alle Items verstecken, wenn er gleich kommt. Weil er darf die nicht sehen und nicht bemerken. Aber guck, was ich gemacht habe. Oh, hiermit kann ich mich überall hochschwingen. Sehr gut. So, Iti, zieh deine ganze Rüstung aus Versteckerleitchen. Los, 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 bauen wir das wieder ab. Wir zeigen ihm wieder alles. So, warum sind mir so viele Hasen? Die sind von draußen reingesprungen, okay? Ich muss nicht weg haben. So. Hörte, wie du in den Kameras siehst, sonst geht es gut. Wirklich, wir haben nichts vor. Ich glaube euch nicht. Oh, bemerkt hier nicht die Hasen. Nein, Iti, nicht besiegen, bitte. Die haben nichts getan. Ah, gut. Wir haben genug, Elsten. Wir haben doch noch die Bürger. So, und schon auch wieder die Betten platzieren. Nicht, dass es hier noch auffällig aussieht. So, und hier auch, wo die geheime Kiste ist, platziere ich auch am besten ein Bett. Jetzt sieht man das nicht mehr. Sehr gut. So, raus da. Wie, raus da? Oh, da kommt er. Das Ente. Hallo. Hey, was ist das da? Ich kann es euch erklären. Iti, was ist das? Was ist das? Das war der kleine Hase. Max, der hat das da festgebaut. Das war der Hase. Ja. Wo kommt dieser Hase überhaupt? Keine Ahnung, die sind irgendwie von draußen reingesprungen. Oh, hier war irgendwo eine Lücke. Ich glaube, da ist ein Tunnelschaden oder, ich glaube, im WC, da war was offen. Oh, komm, diese Kanickel hier. Ich kann es eigentlich nicht erklären, meine. Eigentlich erklärst du. Außen, wir sind im Gefängnisverbot. Ich werde euch jetzt bestrafen. Aber erst mal, sie sind in die Bibliothek. Was? Wo müssen wir hier in die Bibliothek? Ich will nicht lesen. Weil eure Zeit jetzt geräumt wurde. Die ist verboten jetzt. Sie haben versucht, ob ihr was Verbotenes getan habt. Oh, oh. Da waren noch Kameras. Wir haben nichts Verbotenes getan. Können wir niemals tun. Genau. Was war das gerade in deiner Hand? Leute, was hattest du? Wir haben Ante noch gehabt. Leute, du hattest gerade was in der Hand. Du hattest sofort dieses Schwert, was du hattest. Leute, ich gebe ihm das. Okay, hier. Hey. Wo hast du das Schwert, was du in der Hand hattest? Wo hast du das? Wir haben kein Schwert. Wo hattest dein Schwert? Wir müssen in die Bibliothek, Mr. Bitte. Bitte. Hände die Bibliothek jetzt sofort. Ich glaube, die Schuhe wird schlimm sein. Oh, die hat noch nicht so einen Honig-Kuh. Oh, lauf. Leute, wir schaffen das schon. Du wirst die Mathe-Prüfung bestehen. Wirklich. Ich hoffe wirklich, Jungs. So, wir müssen in die Bibliothek. Beobachtet er uns immer noch? Vielleicht kannst du meinen Kunden schon Abschluss machen. Ist so. So, warte mal. Könnte hier vielleicht auch irgendwo was weiteres sein? Bestimmt noch eine Kiste. Du musst noch irgendwas vergraben haben, oder? Irgendwo. Du bist doch schlauer, als nur was in der Zelle zu verstecken. Eigentlich hast du hier noch irgendwo was? Überleg mal ganz genau nach. Irgendwo habe ich immer noch was versteckt, Junge. Ich weiß nicht mehr. In der Bibliothek brauchen noch mehr Lucky Blocks. Wir haben noch viel zu wenig Heiz. Das reicht nicht, um mir auszubrechen. Eigentlich mal irgendwas. Gute mal. Lass mal genau überall hingucken. Hier muss bestimmt irgendwo noch was sein. Bestimmt richtig gut versteckt. Guck mal. Vielleicht finden wir hier, wo irgendwo was ist. Guck wirklich überall genau nach. Ich klicke hier alles an. Vielleicht ist hier irgendwo ein unsichtbarer Knopf versteckt. Ich weiß nicht, Mama. Aber Alpha, ich habe noch was gehört. Was hast du gehört, Aiti? Und zwar habe ich bei deinem Buch hier gelesen. Hä? Das ist irgendwo in diesem Gefängnis hier zwischen zwei Glowstone-Blöcken. Was versteckt sein soll, und zwar ein Tunnel. Hä? Ein Tunnel soll in diesem Gefängnis sein, der nach draußen führt, oder was? Ja. Also, das habe ich nicht. Wir müssen diesen Tunnel finden. Wo sind hier zwei Glowstone-Blöcken? Da sind zwei. Aber dazwischen passt doch kein Tunnel hin. Dann lassen wir gleich auf jeden Fall darauf achten, dass wir irgendwo was finden. Hä? Hier ist was aufgegangen, Aiti. Hast du es gehört? Hier. Ich kann dir was bewegen. Hier ist eine geheime Tür. Hä? Warte mal, wir können hier aufmachen. Ey, wo ist Aiti? Komm wieder. Hä? Was ist hier? Ich komme. Wow, noch eine Kiste, oder was? Hier ist ein Geheingang. Oder ein Geheimversteck. Mit noch mehr Lucky-Blöcken. Let's go. Wie viele? Oh, Aiti. Wir können direkt die nächsten aufmachen, aber wir müssen schnell machen, bevor Aiti gleich wiederkommt. Das ist so krass, ey. Oh, ich habe hier ein Feuerschwert für dich, Aiti. Nimm das. Wir können gleich Aiti angreifen, falls er kommt. Obwohl, warte. Doch, wir wollten noch den Tunnel finden. Mit dem Tunnel sind wir viel sicherer. So, die Lederrüstung brauche ich nicht. Die kann ich dir geben. Was ich habe. Komm hin. Wow, Aiti, zieh das aus. Das ist zu auffällig. Nein, ich denke das gar nicht. Der hat die Hasen bestimmt schon rausgebracht. Der wird gleich bestimmt wiederkommen. Komm, wir müssen uns echt beeilen. Oh, Aiti. Aiti, mach schnell. Pack die Rüstung weg, Aiti. Pack die Rüstung weg. Oh mein Gott, ich habe eine Laserhoffe. Sehr gut. Oh, es steckt ja. Alpha, Aiti. Wir lesen Bücher. Ey, was ist das? Ich habe einen Flammenwerfer. Wir haben gerade in der Küche gegrillt. Und jetzt seid ihr dran. Wir gehen in die Zelle zurück. Bitte. Wir haben nichts Böses vor. Aiti, los. Wo seid ihr? Es gibt keine Zelle. Wir werden direkt gegrillt. Nein. Bitte. Ich erzähle ein Geheimnis. Wo steckt ihr? Hier. Aiti, ich bin vor dir. Guck mal. Aiti. Komm her. Ich krenne euch. Aiti. Oh, bitte, bitte, Aiti. Ich sage dir die Wahrheit. Guck mal. Aiti hat hier irgendwas gefunden und die Leute beklaut. Du hast einen Hut geklaut, Aiti. Du wirst bestraft dafür. Komm her. Aiti. Ich habe eine Zelle. Ich muss das Feuer aufräumen. Hier brennt mir alles ab. Aiti, los. Wir müssen die Zellen gehen. Oh nein. Oh mein Gott, Aiti. Das ist einfach ein Pupelerhut. Warte mal. Aiti, das sind zwei Glow-Som-Blocken nebeneinander. Siehst du das? Hier. Das müssen wir uns merken. Dann gehen wir gleich wieder hin. Oha, da könnte vielleicht der Tunnel sein. Oh, da sind direkt zwei nebeneinander. Das ist doch voll auffällig. Los, wir müssen die Zellen. Oh, die sind schon da. Okay, wir gehen schon. Wir gehen schon. No, ihr geht jetzt haben wir getrennte Zellen. Das ist gut. Ich will nicht in getrennte Zellen. Heute ist mein bester Kumpel. Also du gehst rein und Alfa, du gehst da rechts. Wo ist der Band hier? Ich weiß nicht. Bitte mach auf. Das darf doch nicht wahr sein. Bitte. Wir haben nichts getan. Wir gehen rein mit dir. Und schau. Jetzt lass mich in Ruhe. Nein, ich hab Hunger. Ich will noch essen. Bitte. Nichts gibt's. Nein, der haut einfach ab. Aber warte mal. Ich hatte doch eine Spitzhacke. Ich kann mich damit hier ein Fenster zu IT bauen. Warte, das mach ich mal. Und IT, hörst du mich? IT, Bro. Guck mal, ich hab mir ein Fenster gebaut. Wo bist du? Oh, hallo Alfa. Hallo, IT. Ich glaube, wir wissen, ich weiß jetzt, wie wir ausbrechen können. Ich auch. Und zwar durch den Tunnel. Ich bin mir sicher. Ich weiß, glaube ich, wo der ist. Und dann müssen wir gleich hingehen. Aber Ente darf uns nicht bemerken. Ja, ich hab noch was Krasses vorhin aus dem Lucky Block bekommen für dich. Hier. Sogar eine Laserwaffe. Danke. Damit kann ich mich dann gleich richtig krass wehren. So, die ist bestimmt richtig OP. So, halt. Ich mach dann gleich hier irgendwie die Türen auf. Und dann müssen wir sofort zu diesen zwei Glossom-Blöcken laufen. Dann müssen wir sofort flechten aus dem Lucky Block-Gefängnis. Ja, genau. Deswegen, wir müssen irgendwie dafür sorgen, dass Ente irgendwie am Pennen ist oder so. Der muss doch auch irgendwann mal schlafen, oder? Ich bin schon. Wir müssen genau hinhören. Wir müssen warten, bis der schneicht. Und dann laufen wir los, IT, okay? Let's go. So. Wir müssen bestimmt noch eine Zeit lang warten. Oh Mann, er muss doch irgendwann müde werden. Oh, Alke, schlafen. Komm schon, komm schon, komm schon, IT. Die Tür aufholt, sonst würdest du schlafen, damit der auch müde wird. Hä? Halti. Das war eine Stimme, oder? Das war eine Stimme, oder? Das schlägt auch. Let's go. Das ist unser Moment. Wir müssen uns erstmal hier durchbauen. Zack, zack. Und jetzt müssen wir sofort zum Tunnel laufen. Warte mal. Ich bin mir sicher, der ist da. Okay, Ente schlägt gerade bestimmt irgendwo auch ganz leise gehen, okay? Nicht zu laut hier rumlaufen. Nicht auffällig sein, IT. Aber meinst du, das ist echt ein Tunnel? Ich weiß es nicht. Hier sind zwei Glossom-Blöcke. Hier muss auch irgendwas sein. Hier zwischen bestimmt, oder? Lass mal gucken. Und? Hä? Da geht's echt runter. Wow, hier ist echt ein geheimer Tunnel. Oh, oh. Das ist aber zu krass wie Rennel. IT, aber war das nicht richtig laut? So, warte mal. Wir brauchen schnell einen Block, damit wir es gleich zubauen können. Hä? Oh, oh. Was macht ihr da? Ähm. Schiff laufen. Let's go. Oh, haben wir da nicht noch irgendwas? Damit kann ich mich schneller bewegen. Äh, tut mir leid, IT. Ich muss weg. Tschüss, IT. Wow. Oh, wir müssen schnell zum Schiff. IT, behalte dich. Ich glaube, der kommt gleich hinterher. Der ist viel zu schnell. Der ist viel zu langsam, meinst du? Der kriegt uns niemals. Der kriegt uns niemals. Let's go. Einfach Lava-Ballons, Alter. Guck mal. Wow, wie nice. Falls gleich jemand kommt, könnten wir ihn damit sofort platt machen. Und das nicht. Let's go. Wir sind... Hä? Nein. Nein, der steht vor dem Schiff. Guck mal. Oh, oh. Soll ich ihn angreifen? Wir müssen ihn angreifen. Ich glaube, der ist OP-Werfen. Oh, oh. Warte, ich habe hier auch ein paar Bazookes. Guck. Oh, oh. Er greift uns ein. Pass auf. Lauf, nimm die Lava-Ballons. Zack, zack. So, was habe ich hier noch? Ich habe hier richtig viele Raketen, Alti. Sollen wir es mit denen probieren? Ja, aber das ist doch gar nichts zu tun. Gebt euch. Los, Alti. Hau alles drauf. Auf Ende. Der ist da oben. Alti, du siehst nichts. Da oben ist der. Angriff. Zack, 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 zack. Oh, oh. Der darf uns nicht bekommen. Und zack. Der überlebt alles. Oh, ich bin abgestürzt. Das ist viel zu stark, Alti. Los, Kaffinan. Weiter, weiter. Ich habe noch OP gefallen. Zack, 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 zack. Der muss einmal drauf treten. Dann haben wir den. Oh, krass, krass. Ja. Ich habe ein halbes. Los. Ich habe den. Ja. Alti, los. Schnell, wir müssen runter zum Schiff. Wir haben es fast geschafft. Wir müssen das Schiff starten. So, wir springen einfach ins Wasser. Let's go. Und schwingen wir hier sofort wieder hoch, Leute. So, zack. Wir haben es gleich geschafft. Alti, los. Verhalten dich. Wo bist du, Alti? Genau. Let's go. Wir müssen hoch. Und den Motor vom Schiff schneiden. Wir müssen losfahren. Und zack. Yeah. Wir haben es geschafft, Alti. Warte, bist du mal auf Bord. Alti, wo bist du? Ich bin gleich los. Los, bevor wir gleich wegschwimmen. Aber, Leute, lasst einen Like, wenn euch die Folge gefallen hat. Vergesst nicht zu abonnieren. Alti ist da, Alti ist da. Vergesst nicht zu abonnieren, wenn ihr keine weiteren Videos hier von dem Kanal verpassen wollt, Leute. Mach einen Blatt, der kriegt uns niemals. Hilfe. Wir werden von hier verschwinden. Yeah, nice. Tschüss, Alti. Ah, jetzt haben wir das geschafft, Freunde. Schaut bei Alti und bei Alti vorbei. Lasst aber, um keine weiteren Videos zu verpassen. Und dann würde ich sagen, tschüss. Tschüss.